Und damit herzlich willkommen zu Let's Play Age of Empires 2 mit Tariq ibn Sayyid. Teile und Herrscher. Also ich weiß was Teile und Herrscher ist, das ist wenn du quasi andere gegeneinander aufbringst. Richtig, und daneben stehst du und guckst dich kaputt lasst. Ja und dann zum Schluss alles. Und die Reste wegräumst. Ja genau. Und ich vermute mal so müssen wir es auch machen. Ich bin der Saracen diesmal. Das wird lustig. So, jetzt gucken wir mal das Intro an. Mal sehen was jetzt kommt. 713 nach Christus. Jahr 91 der Hitcher. Die Begegnung von Tariq und Musa war ein eigenartiger Anblick. Sie bringen einander größten Respekt entgegen, doch Konkurrenz und Rivalität liegen in der Luft. Der Kalif hat Tariq und Musa nach Damaskus zurückbeordert, doch sie wollen sich ihren Ruhm nicht nehmen lassen. Sie teilen die Armee auf. Tariq greift im Norden an, während Musa Saragossa ins Visier nimmt. Angesichts unserer Macht hat uns der Westgotenfürst Theudemir von Murcia Unterstützung versprochen. Mit starker Armee und blühender Wirtschaft wird Murcia ein mächtiger Freund sein. Wir haben leider auch einen neuen gefährlichen Feind. Pelagius von Asturien, ein westgotischer Adliger, hat verstreute Aufständische unter seinem Banner vereint und ist nun ein ernster Gegner. In seinem Herrschaftsgebiet Asturien macht sich eine große Armee kampfbereit. Wenn wir dem nahenden Sturm standhalten können, schaffen wir es, mit Allahs Segen vielleicht sogar bis nach Septimanien vorzustoßen. Aha. Das wird interessant werden. Das ist jetzt irgendwie nicht so wirklich viel Info. Wahrscheinlich wieder zehn Gegner und... Ah ja, du hast sogar nicht am Anfang. Ja, ich vermute es mal. So muss die Kräuter? Ja, ja. So ein Flötenspiel. Nee, das ist so eine Art, ähm, wie noch Geige, das geht blöd bei mir. Ja, du hast ja auch Sarazene. Ach, das stimmt ja, war ja so. Ich weiß nicht, wann die Geige erfunden wurde, aber wahrscheinlich ist es so ein Vorgänger. Okay, ich bin hier links. Die Truppen sind bereit für eine Offensive durch das Ebro-Tal auf Septimanien. Ich habe hier hauchenweise Schiffe. Ja, ich bin hier oben links. Ja. Ja, was ich hier gerade frage, was habe ich denn hier alles für blödsinn? Aha. Ich bin hier oben links. Ja. 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 Ja, ich habe es schon gesehen. Ich fange gerade mal an, hier so richtig schön mit der Wirtschaft loszulegen. Ich habe auch gebraucht. Ah, hier bin ich noch Armee zusammen schon. Ach, hast du schon was gefunden? Ich habe noch Armee hier. Ja, ich auch. Ich fange gerade zusammen. Aber ich denke mal, die Kopf, die sich hier sieht. Ich gehe mal hier und gucke. Ah, ich habe schon hochgefunden. Ja. Das ist schön. Das Blau und Ecke. Hier ist die Brücke. Der ist doch unser Freund, oder? Ja. Ich habe Brot, die oben, das ist doch lustig. Werden bei mir. Oh. Grün will bei mir durchlatschen. Hm. So. Ballistik kann ich natürlich schon machen. Was ist das? Was super ist. Ich habe ja nur hier. Geht mal dahin. Ja, ich auch. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus für den Anfang. Denk an die Forschung, die du alle noch machen musst. Naja, ich bin schon dabei. Fangen wir an. Ach, die sind. Okay. Ich habe. Ich habe Bären bei mir zum Beispiel. Ich habe keine, das ist es ja. Da wärst du deutlich mehr Gold als ich und Gold und andere Sachen. Mh. Mh. Ich hab' ich irgendein Gebirge am. Ah, ist aber rot. Irgendwie hab's doch gehalten. Mit dem kann ich handeln. Ich kann ja gar nicht machen bei mir hier. Oh, danke. Ich muss nicht mehr, dass ich einen Priester habe. Ich hab' euch. Ich hab' euch. Hellblau rät hier oben bei mir heute. Ich muss gucken, dass ich dann möglichst schnell aufsteige. Hier. 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 Oh, wo? Oh, wo? Ah, wo? Okay. Wen haben wir denn hier? Hier ist grün. Oho. Okay. was ich habe ich habe einen markt kann geklaut du hast ja irgendwie viel besser konnte ja ich glaube da kommt ich sehe er bot hat auch gesehen ja ich habe es gerade gesehen da war ich habe ich glauben ja nächsten nächsten schon mein priest ist das weg jetzt haben sie was das ist nicht mehr klauen kannst was die technologie noch mal die freunde dass du sachen klauen kannst du weißt schon was ich meine ich kann auch schifffern wir machen sie ich gerade und von die welt schweinungen die tiere hier alle okay ich werde gleich aufschleppeln das komplette ich kann nicht mit der handeln so lange holt ja ich habe ein vorteil gegenüber ich kann ja ein bisschen gold schicken warte mal du hast doch auch mal so gold ich habe haufen gold ich gucke ich kümmere bald um rot ich will danach eine festung bauen dass wir erst mal hier jetzt aber rüber gezogen du bleibst du kriegst truppen du kriegst truppen hier kann ich hier stehen lassen dass überhaupt nicht ich komme nicht durch ja ja ich weiß ob wir auf der feld schwein hier wir haben die festung baut hier noch nie oh mein priester was ist die freundin gerade mal priester um mir geht es gerade los jetzt mit hier geht es hier hin hier baut jetzt eine festung hier hin ich muss mir wohl erscheint wickel ich habe ja das ich habe sich die waren gerade alle ja ich habe keine heiligkeit ich habe keine heiligkeit oh jetzt habe ich nicht fest Ich schieße fest, und ich... Ich schieße fest, und ich... Ich schieße fest, und ich... Auch gar nicht... Das ist... Ballistik... Gut, haben wir das bei uns erstmal... Ja, Amron... Amron ist hier... Amron macht der Zeit... Hier geht das Wild jagen... Und ihr vier... Kommt mal mit... Hier, mach mal hier... Eine kleine Hals, was hier... Was ganz lustig ist... Ja, bist schon... Natürlich... Hm... Süß so, Lotto... Weißt du was? Guck mal, ob du die Bauern da töten kannst... Das ist nicht... Oh nicht... Ich denke, der liegt dort, ihr Feldfeld... Der Feld könnt ja genau ihr sein, oder? Ja, klar, ihr rett an der Boden vorbei... Na ja... Wenn der sterbt, sterbt... Doch... Kann ich jetzt nicht... Sind dort... Ja... Rot geht jetzt auch oben... Schon auch nicht los... Rot geht jetzt auch oben... Schon auch nicht los... Also... Holzfäller geht nicht mehr... Das habe ich gemacht... Nächstes... Armschutz, bitte... Bei den Fernen... Wie soll das? Ich sag dir auch dort... Das will... Haben die Größe Reichweite... Die Türme beobachten... Also... Einige Türme haben mehr Reichweite als andere zumindest... Ach... 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 Jetzt kommt es tatsächlich mit den Bobben... Ich... Ja... Da greift er mich mit die Bobben an... Hier geht mal zurück, aber wäre doch noch mal angegulate... doch er habe ich gesehen oder nachdem keine ahnung ich kann sie nicht sagen einheimische 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 irgendwas wird werden die sein in deine leute ich kann ich komme sie bei mir langsam obwohl es geht alle doch lass mich doch bauen ihr ärsche jetzt geht es gleich los ist jedoch wix du musst es mir sagen ich komme mir klar und jetzt kann ich ein ton beschießen deshalb ist das auch kaputt machen dann wirklich mal ich brauche noch lebensmittel das problem ist bei mir ist das platzproblem ich sehe gerade ich werde angegriffen ja meine leute die helfen ich gebe das katerpult muss er noch ich wollte hier eine burg unten reinbauen später was habt ihr denn hier drüben schon wieder gemacht ich zerstöre gerade den grün da muss ich und noch dicht machen die karte als alle seine leute das geschossen noch bitte oh mist ja doch wir haben nichts zu tun das ist gut ich wollte es machen ich habe die Möglichkeit gefunden wirklich gut eins auszulischen sehr klasse wenn ihr durch seid das kann ich auch hier ich habe genug geliebt aber ich kann nicht weiter so ist schon der stall weg ich greife hier rot an ja noch mache ich weiter so beschäftige den da geht auch nicht auf mich los das problem ist da kann truppen jungen stellen ja der hat mich wahrscheinlich damit gerade das angegriffen da schickt man seinen einzelnen truppen der hat gerade umstehen hat und schickt gegen mich das ist ein bisschen holz wieder dazu gewinnen ja ich zerstöre gerade passiv warum auch immer der jetzt auf den wald schießt aber der stein weil geht er viel schneller runter als dass die tore obwohl der viel mehr rüstung hat ja ich weiß das proben ja also ist es ganz schnell ne der stein weil hier der hält der super viel super wenig aus dafür dass ich damit feilen drauf schießen ist es schon ein bisschen umgekehrt kann der schäfer machen richtig da ist doch mal dran ich bin bestimmt noch mehr das wird dann noch was ich glaube auch nicht dass es das war ich glaube nämlich nicht dass wir so gut waren gerade das ist dass wir sie einfach überwältigt haben ach stimmt du bist ja noch dritter mal dritter war da du ptzer hat einmal leute geholt 250 gold einhalten ich finde ich nicht verkehrt bitte mehr davon was hat er gegeben 150 gold einhalten mach du meine häuser ja ich werde von sehr vielen schiffen mit angegriffen ich habe deswegen hingebaut ich kann den bogen verbessern kameleinheiten regenerieren das tor genau gesetzt das ist ja geil und da wird automatisch beschossen ja cool das tor getroffen wird da kommt noch holt und ob du machst das schon ich greife an hier wollte ich zerstöre gerade ja ist okay ich zerstöre mit meiner burg erstmal nur ich komme jetzt mit einem wasser haben ja so machen die noch außen passt der hier weiter wirklich hier kommt ja hier kommt die karte ja ich kann mir schon vorstellen dass sie sehr viel haben an die rote burg ist ja asturien ist vollkommen egal sehe ich gerade die sind nicht mal ein ziel von uns grün grünen rot ist absolut lückenvölle einfach nur ich mache jetzt mal hier unten gleich ein bisschen dicht steine geflogen die ganze zeit steine geflogen hier vorbei und das nächste fall ist schrott ich könnte auch mal ein paar triebocke machen die haben so viel angriff auch gleich wochen nicht da bin ja ich kann wenn der arsch ja ich habe ich mir doch schon was gedacht ja muss eine festung sein da ist es schon oh ja jetzt greife mich an das schmeckt die man scheint nicht grün greift durch gott an mit den einzelnen einheiten das ist eine festung von rot wird auf die nämlich gott auseinander die berühmte gibt sie für die schweiz macht mir hier ja und geschickt auch gerade nicht egal was wir können aber wir haben nicht immer viel die berühmte Ich wollte die Pestrücken als Schrott. Da hat echt ein paar Ölzehörnerlager reingebaut, der Arsch. Ah, das ist der Strecke, das ist der Video-Hussarm eingelegt, wie ich konnte. Selbst die Elite-Planker haben keine Chance. Das war mit einem Feuerstoß, kannst du teilweise zwei Soldaten mit einmal töten. Was schieße ich jetzt? Auch den Stalter stimme auch gleich mit, warum nicht? Oh, kein Held dabei kann das sein. Ne, haben wir diesmal nicht. Reiterei, braucht man noch eine Reiterei. Herstellung. Das wäre hier nichts zu tun. Aber wir werden dann noch ein Auto verkaufen. Okay, für euch habe ich einen Job. Mach mal hiermit weiter. Das Gold ist leer. Seid. 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 Vielen Dank.